Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu der Prüfung Deutsch-Test für Zuwanderer. Im heutigen Video haben wir eine neue Schreibaufgabe. Sie betten Ihre Freunde um Hilfe bei der Renovierung Ihrer Wohnung. Wir schauen uns zunächst die Aufgabe an. Sie möchten Ihre Wohnung renovieren. Sie möchten, dass Ihre Freunde Ihnen dabei helfen. Schreiben Sie Ihren Freunden einen Brief. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Grund für Ihr Schreiben. Was genau renovieren? Was mitbringen? Wer hilft mit? Wir schreiben zunächst den Brief zusammen und dann sollen wir uns einige Vokabeln anschauen. Wir fangen den Brief mit dem Ort und dem Datum an. München, den 4.02.2021. Sie schreiben an Ihre Freunde. Der Brief ist informell. Da sagen wir, lieber Maya, lieber Lars. Und wir fangen mit dem ersten Punkt an. Grund für Ihr Schreiben. Warum schreiben Sie Ihren Freunden? Da können wir sagen, Wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Wie ihr wisst, bin ich aus meiner Wohnung ausgezogen. Nun muss ich die Wohnung renovieren, bevor ich sie abgebe. Habt Ihr Zeit und könnt mir dabei helfen? Da haben wir unseren zweiten Punkt. Was genau renovieren? Da können wir schreiben, Ich habe alle Möbel rausgetragen. Wir müssen nur die Wände und die Decke spachteln und streichen und einige Stellen im Parkett reparieren. Wir müssen nur die Wände und die Decke spachteln und streichen und einige Stellen im Parkett reparieren. Dann schauen wir uns den dritten Punkt an. Etwas mitbringen oder was mitbringen. Da können wir schreiben, Farben und Spachtelmasse habe ich schon gekauft. Habt Ihr Werkzeug? Mir fehlen Pensel und Spachtel. Ich brauche auch eine Leiter. Farben und Spachtelmasse habe ich schon gekauft. Habt Ihr Werkzeug? Mir fehlen Pensel und Spachtel. Ich brauche auch eine Leiter. Dann haben wir den vierten Punkt. Wer hilft mit? Da können wir auch sagen, Ich bin auf Eure Hilfe angewiesen. Ihr könnt auch Igor und Dalia fragen, ob sie Zeit und Lust haben, mir auch zu helfen. Das wäre sehr schön. Ich bin auf Eure Hilfe angewiesen. Ihr könnt auch Igor und Dalia fragen, ob sie Zeit und Lust haben, mir auch zu helfen. Das wäre sehr schön. Dann schließen wir unseren Brief ab. Herzliche Grüße oder viele Grüße oder beste Grüße und dann schreiben wir unseren Vornamen. Davidi zum Beispiel. Da sehen wir, der Brief ist informell. Sie schreiben an Freunde. Da sagen wir, lieber Maya, lieber Maas. Wir benutzen den Vornamen. Da haben wir zwei Personen. Da sagen wir, ihr, euch, eure. Und das schreiben wir in den informellen Briefen groß. E von euch schreiben wir groß. E von ihr schreiben wir auch groß. Und E von eure schreiben wir auch groß. So will Telk es haben. Nun können wir uns einige Vokabeln in diesem Brief anschauen. Da haben wir das Verb ausziehen. Ausziehen bedeutet to move out in Takala. Renovieren, to renovate, to fix something up. Asliha. Spachteln, to level out, melilla al-faragat bil-majjun. Der oder die Spachtel. Palette knife, sakkina't al-majjun. Die Spachtel masa. Die Spachtel masa. Spackle Knifengfäller Streichen Streichen To paint Der Pinsel Brush Die Leiter Angewiesen sein auf etwas Das war eine wichtige Schreibaufgabe in unserer Reihe Briefe für die DTZ In den nächsten Videos beschäftigen wir uns auch mit anderen Aufgaben Bis zum nächsten Mal Tschüss